Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 18. Dezember 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 748 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Android und Türkei, Mac Pro 2019, YouTube Music, Lock Me In und Werbespot. Es ist soweit, nachdem es in China Probleme gibt mit Android und vor allem im Zusammenhang mit Huawei, die ja keine Verlängerung oder besser gesagt keine Möglichkeit mehr haben, neue Geräte mit dem Android-Betriebssystem und vor allem den ganzen Diensten auszuliefern, also Android nackt schon, aber nicht halt eben mit Google-Diensten etc., ist jetzt das nächste Land dran. Aufgrund von Entscheidungen der türkischen Regierung hat es Google soweit getrieben, dass sie jetzt einfach keine neuen Android-Smartphones mehr zulassen werden in diesem Land. Und zwar nicht nur von einer Marke, sondern generell über alles global gesetzt. Jetzt dürfte es natürlich spannend werden, wie sich das auswirken wird. So viele Alternativen gibt es da logischerweise nicht. Man kann natürlich ein Mate 30 Pro von Huawei sich zulegen, da sind auch keine Google-Dienste drauf oder halt auf ein iPhone zurückgreifen, aber ich glaube, dass die Masse der Nutzer dann doch eher im Bereich Android landen wird in der Türkei. Aber ja, wir werden es sehen und ja, auch da ist natürlich wieder eine Frage der Zeit und wie schnell man sich einigt. Google hat da natürlich den längeren Hebel und hat einfach mal das ganze Land ausgeschlossen. Wir gehen weiter mit iFixit. Die zerlegen ja immer wieder neue Gadgets und ein neues Gadget, was auf dem Markt ist seit letzter Woche, jetzt genau circa eine Woche, genau, ist der Apple Mac Pro 2019 Modell. Das modulare, neue, das man so gerne, ich nenne es jetzt nicht, mit den schönen Löchern vorne und der hat sehr, sehr, sehr gut abgeschnitten, nämlich 9 von 10 Punkten konnte er insgesamt einheimsen. Das Öffnen ist einfach, man kommt sofort zu den einzelnen Komponenten, man kann die auswechseln etc. Das Einzige, was nicht so toll ist, sind die verbauten SSDs von Apple. Die sind nicht standardgenormte Größe, wie man es von einigen Computersystemen her kennt, sondern sie sind speziell verkleinert, somit natürlich nur über Apple zu haben und somit dann auch wieder teurer, was natürlich in einem Reparaturfall dann zu einem Problem führen könnte. Weiter geht's mit YouTube Music. Wer Musik über YouTube anhört und das Ganze als Abo nutzt, der bekommt neue Möglichkeiten geboten. Es gibt neu drei Mixe, den Discover Mix, den New Release Mix und den Für Dich Mix, also ein persönlich zusammengestellter, kuratierter von Google, gemixter mit ganz viel AI und KI und was da noch alles mit drin ist, Musik, hoffentlich doch auch noch zusammengestellte Playlist. Umso mehr, dass ihr das Ganze nutzt, umso besser wird das. Das sind ja Dinge, die man von anderen Musikdiensten natürlich auch kennt. Log me in, möchtet ihr euch noch erinnern, das war mal eine Software, wenn ich nicht ganz falsch liege, bin ich mit der auf einem Rechner auf den anderen gegangen, was heute Teamviewer ist. Das Ganze ging ja irgendwann dann von privaten Nutzern auf Businesskunden über und dann habe ich es aus den Augen verloren. Und dem gehört, oder ich muss anders anfangen, die haben sich jetzt verkauft. Also das Ganze muss noch richtig durchgewunken werden, wenn alles klappt wird Mitte 2020, dann für 4,3 Milliarden US-Dollar der neue Besitzer oder die Software dem neuen Besitzer übergeben. Das Ganze ist Francisco Partners, es ist eine Private Equity Firma, die dahinter steckt, die es eigentlich ja zum Ziel hat, wie so viele Geschichten in dem Bereich, sehr viel rauszuholen und das könnte unschön werden für die Software. Log me in, wie gesagt, nicht mehr ganz so interessant für die meisten, sagen wir jetzt mal Privaten unter euch, denn wie gesagt, das ist mehr im Bereich Business abgerutscht. Aber nee, denen gehört auch noch ein Passwortmanager und nicht ein unbekannter LastPass. Wer also darauf gesetzt hat, unter anderem, weil vielleicht OnePassword teurer wurde und Abo-Modell und etc., ja, der sollte sich vielleicht nächstens nach Alternativen umschauen und oder das kommende Abo nicht ganz so stark verlängern und ein bisschen flexibler werden, denn ja, man weiss nie, wie schnell die Private Equity Firma dann das Ganze auslutschen wird und mitnehmen wird, was halt noch geht. Und zu guter Letzt komme ich zu einem wirklich toll gemachten Werbespot, sowie ein Making-of dazu. Und ja, was soll ich sagen, gedreht von David Leitch, Leitch, mein Gott, Namen, ihr kennt ihn sicherlich. Er ist Regisseur und Produzent unter anderem von John Wick, Atomic Blunt, Deadpool 2 und ähnlichen Geschichten. Und der hat einen Werbespot für Apple gedreht und zwar ausschliesslich mit iPhones 11 Pros, also den grossen Modellen auf dem iPhone-Bereich. Und ja, man weiss ja, die beste Videokamera ist nach wie vor in einem iPhone verbaut und so schaut das Video dann auch aus. Bitte schaut euch doch das Video mal an, wenn es euch interessiert. Aber am besten in der Reihenfolge, die es vorgegeben ist, heisst zuerst der Werbefilm und dann das Making-of. Es ist schon eindrücklich, was man eben mit so einem Smartphone alles treiben kann, wenn man dann eine gute Story hat. Das ist halt nach wie vor etwas vom Wichtigsten. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch bereit hatte. Morgen am Donnerstag gibt's wieder eine neue Folge, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen und wünsche euch derweil einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Pough Gipsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.